Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Säftig Ages und mit mir dabei wieder die Abenteurer Anja und Malte und ich. Juhu! Juhu! Ich habe schon mal die Birne gehauen. Oh, die Nase und Pusten! Ja! Oh, danke! Die Beine bestimmt ganz wenig schlimm, danke, danke! Bist du noch ein buntes Pflaster? Ich wollte gerade sagen, es gibt nur noch ein Kinderpflaster. Ja genau, mit Bildchen drauf. Hab ich nicht. Noch eine Info, wir sind im Twilight Forest. Echt? Ach. Und haben auch unsere Werkzeuge noch ein bisschen aufgepimpt. Dimmt. Weil wir ja jetzt Stahl haben, genau. Ich habe Stahl, ich habe Stahl. Warum sind wir hier? Es wachsen jetzt keine Haare mehr auf der Brust. Ja, warum sind wir hier? Weil wir immer noch die Journey Map brauchen. Ja, trinkend. Da gibt es halt hier noch ein, zwei Sachen aus dem Twilight Forest zu holen. Aus dem Twilight, sorry. Flitzen wir Moltee hinterher. Weil ich habe den Plan. Ach, siehste, das Schaf ist ja auch noch offen. Ist auch noch offen. Ich glaube, mein Schaf ist offen. Hast du gesoffen? Cool. Da ist ein schwarzes, aber naja. Da hinten ist er, der jüngere Mann. Juhu. Danke. Okay. I'm nearly directly behind you. Nearly. Ja, leider nur nearly. Oh, das ist eine Schlucht. Oh, das ist eine Schlucht. 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 Schlucht jetzt so vor sich hin. Ja, hier ist da oben. Oh. Ach du Kacke. Ah, ja. Wir müssen uns hochstecken. Und hier drunter ist auch direkt so eine blöde Höhle. Vollhöhle. Hm. Da müssen wir dann runter. Aber jetzt mal müssen wir da rauf. Ja. Und dann gehen wir da runter. Hm. Hat jeder genug Sachen zum stacken mit? Oh, da hinten ist dieses Dornige. Ah, halt nicht ganz so viel. Wo? Hier hinter dir. Hinter dir auf dem Baum. Oh, wo? Weil da oben müssen wir hin. Siehst du? Ja. Hey. Deswegen werde ich jetzt auf dem Baum klettern. Ein bisschen Erwähnung, dass man nach oben stacken muss. Hätte der ganzen Sache vielleicht geholfen. Ja, ich habe gar nicht. Melanie hat es gesagt. Ja, war ich doch vielleicht auf dem Klo? Weiß ich nicht. Vielleicht kann man irgendwie, dass man einer stackt und die anderen mitkommen oder so. Ja, ich habe jetzt schon was zum stacken dabei, aber vielleicht nicht. Geh mal weg. Moment. Ah, da hinten ist auch noch was. Das ist Zug allerletzter mit diesen Dornen. Meinst du auch eben? Dieses komische Gerüstteil da hinten. Das sind Dornen. Ja, ja, aber was aussieht wie ein Gerüst. Ja. Wo meinte ich? Das hat mich nicht korrekt ausgedrückt. Entschuldigung. Daneben ist noch eins. Ähm. Stimmt, dahinter ist noch eins, ja. Wie sollen wir uns jetzt hier nicht hochstecken? Das ist ja gefährlich. Oh nein! Meine Fresse, du hast mich runtergeschubst. Wer? Du. Ich? Ja. Ich mach sowas nicht. Ne, du warst ja auch schon weit oben. Jetzt warte ich. Mach du dich erstmal da hoch. Ich will nicht schon ganz hoch, weil dann könnte es sein, dass ich irgendwas triggere, oder? Ja. Ja, ich komm gar nicht so weit hoch mit meinen Blöcken. Ich hab nicht mehr so viel. Komm, ich werf dir noch ein Stack runter hier. Wie? Mit der Hoffnung, dass du ihn auffängst. Jo. Danke. Bitte. Oh. Ist nicht so easy. Ne. Jetzt. Oh, ich bin schon fast da. Ui. Jetzt wird's schon wölkig. Ach, jetzt seh ich schon gar nichts mehr. Oh, jetzt geh doch mal dahin, du Blöder. Wir hätten, hatten wir nicht aufgesammelt bei dem damaligen Besuch hier solche magischen Bohnen. Ne. Das ist nämlich Jack und die Bohnenranke. Haben wir nicht? Ne. Hatten wir keine magischen Bohnen? Nicht, dass ich mich erinnern könnte, sagen wir's mal so. Dann hätten wir da hochklettern können. Ja, die kann man irgendwie einpflanzen und dann kann man hochklettern. Das fällt mir jetzt ein, aber das kann sein, dass ich das zum Testen damals in der Einzelspielerwelt aufgesammelt hatte. Also solche magischen Bohnen, wo ich nicht wusste, was man damit macht. Ich weiß aber auch nicht, wie man die dann anpflanzt. Kommt da schon welche? Immer noch so weit. Ja, ich geh schon mal wieder runter. Okay. Ui, ich krieg hier einen Nervenkrebs. Oh. Oh. Hier ist ne Plattform. Ja, ich hör auch schon welche rumlaufen. Ich hör auf Stücke. Was nicht gut klingt. Oh Gott. Das klingt nicht gut. Anja. Na. Jetzt hast du mich beinahe runtergeschubst. Warte, ich mach die weg. Ich mach die Plattform. Ich mach jetzt wie ne Art Plattform hier, dass wir da nicht so schnell runterfallen können. Wo? Eigentlich durch unsere Schuhe sollten wir Fallschutz haben. Oh, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Oh, du Scheibe. Ich decke mich jetzt hoch. Oh, hallo. Wieso sehen die so aus wie ich? Aua. Was? Oh, ich renne. Oh. Nein. Oh mein Gott. Wieso sehen die alle so aus wie ich? Die sehen aus wie ich? Ne, bei mir sehen die alle aus wie ich. Moment. Ich will sie nicht hochklettern. Oh. Oh. Boah. Ich schwebe. Oh. Oh. Der hat mich gar runtergeschubst, der Sack. Oh man. Oh man. Ich bin hochgeflogen. Ich stehe grad safe. Ich stehe grad safe. Oh. 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 Ich stehe grad safe. Was? Oh. Wo stehst du? Ach so. Dass mich, dass ich jemand zu mir tp. Oh, hier ist sie. Oh. Hab vergessen. Genau, wenn wir den, dann haben wir, hast du jetzt die große Pickaxe bekommen? Ja. Sehr gut. Eigentlich wäre es das schon. Moment. Ich würde jetzt hier nur ein Screenshot noch machen. Ja. Wo? Ich seh die bei dir gar nicht. Warum hast du ne Rüstung an und ich bin nackt? Siehst du mich? Ich seh mich. Ich seh nur mich. Ach ne. Das ist beides. Beides Moor stimmt. Ja. Ja. Einmal der Bauarbeiter und einmal ein Ritter. Ja. Und wir müssen halt diesen Bauarbeiter. Aber es reicht ja eigentlich, wenn einer. Ja. Und die müssen wir schlagen jetzt. Ja. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sehr gut. Oh. Ich bin auf. Kämpfen. Ich sammle die auch vor die. Aufstehe. Maloni hat sie. Hab ich? Oh ja. Ich hab auch einen Rücken. Einen Rücken. Einen Rücken. Und ich hab. Ich hab einen Giant Song aufgesammelt. Oh. Sehr gut. Ich hab gar nichts aufgesammelt. Oh. Ich hab gar nichts aufgesammelt. Oder die Rhetorina. Es, es, es war eins. Oh. Was machen wir? Nackt große Dinge. Das sieht ja cool aus. Äh, ihr? Warte. Das sieht so lustig aus. Ich hab jetzt sowas nicht. Ihr habt das beide? Ich hab zwei Schwerter und eine Pickaxe. Hier. Vor allen Dingen, wie du läufst. Hinter dir. Anja. Das ist auch ein großes Ding. Da müssen wir am Ende hin. Ja, das ist ganz am Schluss dann. Erstmal müssen wir in diese... Du hast das arme Eichhörnchen getönt. Beim Rausziehen des großen Schmerz. Also ich hab auch ein Slime gekriegt. Eichhörnchen, hallo? Gibt's jetzt hier noch die Große nie, dass ich alles töte? Nee, hier ist alles... Was? Aber eigentlich war doch gar noch ein großer... Nee, das sind alles Riesenblöcke. Die kannst du jetzt hier nicht abbauen. Aber mit der Große... Dann fallen wir jetzt wieder runter, oder? Ja. Dann hab ich halt die große Pickaxe. Ich hab auch eine. Ja, mit der müssen wir jetzt ganz nach unten. Also von ganz weit oben... Auch wiedersehen, es war schön mit euch. Ach du jemili. Die Erde lassen wir jetzt hier. Echt? Da bin ich so geizig. Aua, aua. Hast du Schaden bekommen? Nee. Nee? Ich bin nur hart am Baum entlang geschrubbelt. Okay. Ich buddel mich jetzt hier auch ein bisschen nach unten. Ich will bloß gucken, wo. Ja. Ich nehm das. Ja, nehm das. Mh, das. Stimmt. Da kommst du auf mich runter. Weil ich nehm den mittleren Block, nicht die, wo die... Oder soll ich den dann... Oh, wie, die, wo, da. Ich lass mich dann fallen. Nee, ich hab jetzt extra den großen Block, äh, übrig gelassen, dass du, äh, dich da runterbauen kannst, wenn du dich nicht fallen lassen möchtest. Voll auf mich drauf, voll auf diese Welt. Gut, dass du keinen Spitzel machst. Wo seid ihr denn jetzt? Ah, da. Ich hab sogar drei Erde mehr als vorher, siehste. Oh, wow. Ich kann dir wieder was geben, falls du brauchst mal. Eine Hälfte von dem Erde? Ich brauch nichts. Okay. Jetzt müssen wir den Eingang zu der Trollhöhle finden. Ja, der muss... Ist ja trollisch. Direkt unter uns ist die Trollhöhle. Das sieht aus wie die Riesenschwerte. Oh. Das wollte ich gar nicht ausflegen. Ich wollte aber... Auf der Rückseite waren noch eben Eingänge, oder? Hier so, äh. Keine Ahnung, was hier Rückseite und Vorderseite ist. Immer hier rum. Hier waren irgendwo Löcher im Berg. Äh. Ah, da. Äh. Äh. Wir sind hier. Ja, ich seh euch nämlich jetzt nicht mehr rum. Seid ihr nach links oder nach rechts gegangen? Wenn du im Atlas guckst, nach Westen. Im Atlas nach Westen. Ich hab die Hohle von vorn... Ah, da sind wieder diese... Also nach rechts. Ne. Da ist TP, dich da rein. Trotz und sind uns jetzt sicher nicht mehr rum. Ist da Fluss bei euch? Oh, ich höre euch. Achso, unten ist ein Fluss, ja. Aber wir sind ja hier oben. Ach, da. Ich hab sie in ihr Verderben rennen sehen. Ich hab's auch gesehen. Weiß nicht, diese komischen Lichter an den Stangen da, das sieht für mich immer aus, als wären das so Turnerringe. Oh, okay. Erstmal, wenn ich da hinguck, denk ich, oh, Malte, nun das große Grät aus meinem Gesicht. Hütze in der Nase, Popeln. Feig an, ja. So, auf geht's jetzt. Achtung. Ernst jetzt hier. Ja, richtig. Zizilium. Da. Oder? Trollbeere. Unreif. Ja, das sind die gelben Lichter dann, die Fackelbeeren. Ne, hier ist, ähm, vorbei. Schluss. Oh, dann müssen wir irgendwo weiter nach unten. Kann ich die hier benutzen? Wie viel genug genug ist? Ach, das ist ein Pilz. Wow. Okay. Melody, du hast ja einen Pilz, einen Fußpitz geholt. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ja, irgendwo nach unten. Hier geht's da auch noch weiter. Trollstein? Kann man da was machen? Nix. 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 Hier geht's tiefer. Oh, das sieht gut aus. Oh, ja, wir sind da. Das sieht gut aus. Juhu. Oh, da, da ist ein Troll. Ui. Hat der hochgeschossen? Nee. Nee, das ist ein Skelett, was direkt unter mir ist und ich bin runterflogen. Oh, toll, 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 toll. Okay. Oh, Kinker, böser Hexen, alles ist hier. Oh. 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 Oh, wo ist mein Pfeil? Nee, unter mir sind auch mehrere Creeper. Ja, auch da schieß ich. Oder ich hab nur noch zehn Pfeile, das ist nicht gut. Nö? So, ein Creeper ist zumindest schon mal weg. Und ein Troll hab ich einmal nur angetitscht bis jetzt. Huch, noch ein Creeper ist weg. Okay, ist ja gut. Sind noch irgendwelche, äh, wow. So werd ich dann mal abgeschossen als Troll? Nein, muss noch irgendwo ein Skelett sein. Ja, ja, ich seh das, aber das kann mich hier gar nicht erreichen. Das Hexe weicht nicht aus. So, der eine Troll ist kaputt. Hexe tot. Ja, ich, uh. Ah. Oh. Oh. Oh, mit Troll. Oh, mit Troll. Oh, wir sind sogar richtig gelandet gleich. Oh, ich hab Schaden. Oh, da kommt ein Troll. Oh, oh, oh. Aua. Also, wenn wir das hier ein bisschen safe machen, Oh. Oh, hexen, 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 hexen. Und das ist jetzt so ein Riesen-Obsidian-Block. Oh, toll. Leute, ich muss mich kurz heilen. Ja, 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 ja. Das dauert jetzt eine Weile. Fortschritt 9%, 10%, 11%. Ähm, ich muss sie wieder von vorne anfangen. Ich mach mal von hier hinten das. Da vorne gerade mal runtergucken. Hm, jetzt muss ich wieder so die große Hacke. Du siehst gar nicht aus. Doch, ich hab die große Hacke in der Hand. Egal. Aber es ist halt obsidian. Ist ja auch keine, deswegen hab ich gefragt. Oh, ich baue mir der großen Axt. Ja, wir glauben dir das ja. Ist hier noch irgendwas drin, außer das? Ähm, es sind mehrere dieser Höhlen. Du findest auch Erze, glaube ich, noch. Hier ist auch noch ein Block voll obsidian. Ja, das kann auch sein, dass da nichts drin ist. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bin ich erst. Das dauert noch eine Weile. Ah, die Hexe hat mich. Jetzt geh doch mal kaputt, du Sau. Ich nehme das große Schwert für dich. Ja, vielleicht macht man da mehr Schaden mit. Also, 94, 95, 96, 97, 98, 90%. Hier sind die magischen Booten. drin aber es ist keine lampe drin wir haben hier noch mehr blöcke okay ja dann müssen wir die nächsten blöcke machen und schild davon in der ecke ja der ist hier gleich nebenan das möchte ich nun hier die zwei schritte um die ecke links hier sind hexen kann der nächste er hat sich selbstvergiftet oder ist noch ein trolle zu dem und wie das hier rollstein ist man noch ein bild machen an weite deines amtes ist melanie und noch mal ach so ich dachte dass jetzt jemand anders dann machte ich ich hab ein hexen wohnen ich auch du hast aber sonst kein gut mehr auf jetzt achtung bei dir sehe ich das gerät ja passend aus 1 2 3 4 1 3 4 4 4 5 5 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 9 vielleicht ist auch keine in diesem rollding weil wir müssen gucken dass wir ein neues finden wo los wo los wo los wo jetzt nicht was sagt die uhr die uhr sagt dass wir so bei 17 minuten oder so sind ungefähr nicht mehr genau in erinnerung wieviel vorglühen wir hatten vor ich bin bei 17 ich bin bei 17 wie bitte 80 90 komm schon geh kaputt geh kaputt Oh, auf ihn. Oh, oh, da. Ich muss nur sagen können, dass da was drinnen wohnt. Bei mir war nichts drin. Ich habe Magic Beans, ich habe Melon, ich habe Kartoffeln, ich habe Pilze und Uberosol. Okay, ich habe auch hochwertige Erde drin gehabt. Da ist nur eine Sache drin. Oh. Was? Ohne die Trollhacke geht das viel schneller. Ohne die Riesen mit unserer. Okay, na gut, die hatten wir jetzt ja auf Obsidian-Level abgecradet. Och, scheiße ist das groß hier. Da müssen wir noch so einen Block finden. Also eigentlich ist es nur in den Blöcken drin. Oh, 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 oh. Oh, hier ist ein Zettel! Oh, ne Facken! Ah, danke liebes Skelett! Ah, ich bin vergiftet! Oh, mein Helmet hat sich endlich kühlt! Hier ist einer, gell? Ein ganz riesengroßer! Ach, dann ist hier das! Den wollen wir bei den Falschen! Ja, okay, da muss es denn sein! Jetzt müssen wir hier aber erstmal ein bisschen Safe machen! Moment! Ich muss gerade erst aufhören, mich zu vergiften! Oder vergiften zu lassen, habe ich gesagt! Ja, das ist der Giant Obsidian! Ja, und den kannst du nur mit der großen Pickaxe machen! Mach einfach mal, ne? Oh, er zieht mir ein! Die Band kenne ich gar nicht! Ich habe immer noch das Ding hier drin! Oh, ich habe einen zweiten Hexen! Moment, Achtung, Creeper! Der Block ist gleich gebrot! Oh, hey! Das ist doch mal ein Klöppchen! Ich bin voll! Ja, da ist sie drin! Anja kann auch reinschauen! Da ist die Lampe drin! Und dahinter ist noch eine Kiste mit ganz vielen Leckereien! Ah, die Lampe von Aladin! Ja, diese Fackelbären, da habe ich eh schon in der Tasche! Die kann ich alle nehmen! Soll ich sie rausnehmen? Dann nehme ich die Lampe! Und die Kohle kann ich auch nehmen! Die zwei Blöckchen da! Oh, yeah! Wow! Dann kommen wir hier wieder raus! Ja, gut! Finde ich gut! Oder wir beenden die Folge! Naja, wir können jetzt schon noch hochgehen, oder? Na gut, dann gehen wir okay! Wenigstens! Also, das sind die Trollhöhlen! Und die sind halt ziemlich weit verzweigt! Aber es ist gut, dass wir den so schnell gefunden haben! Ich hatte nämlich... Wer hat den gefunden? Ricola! Nein! Die Mäuse! Was? Na, ich habe ihn gefunden! Oh! Achso! Ja! Ja, wo war hier der Ausgang? Hier irgendwo! Ja, irgendwo hier in der Ecke war's, ne? Ah! Aua! Na ja! Aua! Ist da oben irgendwo was? Ach, hier unten! So! Ist weg, das Aua! Wir haben keine Blöcke mehr zum... Doch! Moment! Ich habe Erde! ganz viel an, das sieht! Das kann man auf jeden Fall gehen! Oh! Das werden wir vor die Nase gesetzt! Entschuldigen Sie bitte! Acht! Da bist du! Ich bin draußen! Ich bin vorbei gesprungen! Ich verbreite dir die Ecke! Oh, cooles Gerät, ey! Was? Ja, cooles Gerät! Ja! 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 Dann kann man jetzt Schluss machen! Ja! Genau! Gut! Heute dein Part! Achso! Ja! Genau! Dann bis zur nächsten Folge! Tschüss! Tschüss! Ja, weiß nicht wo! Tschüss! Tschüss! Tschüss!